Jetzt wird außen rumgefahren. Kann ich da noch mal gucken ob wir noch irgendwelche Pammel mitteilen? Oh, Beryllium und Aluminium. Ja, muss ich immer ordentlich aus rumfahren. All these caves, it's a smuggler's dream. All right, Drac. Too much high ground, keep expecting an ambush. Too much high ground. A group of registered criminals has gathered salvaged a head pathfinder. Bist du, es gibt so diese Momente. Da würde ich hier gerne einfach so eine Granate reinwerfen, wenn die auf so einem Haufen stehen. Aber ich habe ja die Granatiker nicht gespielt. Finde ich irgendwo ein bisschen schade eigentlich. Das man sich extra killen muss. Das magler's hiding place. Ten bottles later, I was slaved. Draulier. Ja. 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 Genau. Das war saiv saiv, wo ich da rein kann. NION NION hmmm Der Krugana Hammer macht schon ordentlich Schaden tatsächlich Vor allem auch an dem Ei-Rauch Muss noch wieder zu Tempest und die Missionen mal abholen Also, remember that last push before the Arks left? All that activity for a guess about a galaxy. I got hit by a power loader. Driver was on three calls about where to store rations. Punched it right in the gyros. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, jetzt stehen sie wieder. Oh my god! Hydra! Ich kann dich so gerne, ich kann dich so gerne! Ich würde nicht so nah an dem Ding stehen, ne? Ich würde nicht so gerne an dem Ding stehen! hier schub noch keine fünf Waffen kriegen oder was wäre natürlich nicht so cool hätte gern 5 Waffen da hinten ist auch noch einer ich jetzt da ganz hinten ist auch noch mal eine wo oben habe ich schon jetzt geht automatisch ich fühle mich leicht verarscht ok hier ist aber gar nichts mehr hier kann Weihnachten aus dem kochtopf muss ich noch den da drüben machen das war ich komme da drüben hin ich bin gewöhnlich gar nicht mehr so rüber ja dann reisen wir einfach nach da hinten kann ich gleich die Aufgabe abgeben mit den Säure Pools mit den Säure Pools mit den Säure Pools hi again do you have the locations of the victims it's the only way to make sure justice is served or you can give the data to me for a quick reward something we someone has to be able to cover these murders thank you a civilization is nothing without justice auf dem neff punch what do you miss most about the milky way vetra understanding how shit works works back home i knew the politics the people the places here everything's new you can't play the system when you don't know what it is i don't know about that the way the nexus treated us krogan seems like the system came what is that one has to do Ich weiß nicht auf was sie da schießen, aber ist mir auch relativ egal. Ich weiß nicht, dass ich sie da schießen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. ja natürlich da oben und da hinten auch oh he wasn't Ethan Das war's. Ich hoffe, das hat gereicht. Ich sehe jetzt, die anderen schafft, macht er so. Aber das da muss er dann selber machen. Äh, muss ich dann machen, ne? Also jetzt mal ohne Witz. Das triggert mich doch jetzt einfach nur. Speichere ich jetzt. Dann gucken wir wieder irgend so ein dummes Video währenddessen an. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Ha, das war richtig. War aber jetzt nicht so viel. Es war ein kleiner 5. Wo fällt. So, jetzt kann ich mal... Okay, let's get to the vault and fix Kadarra's water. Jetzt gehen wir mal Richtung Wald. Ach da. Oh, okay. Auf dem Wald. Auf dem Wald. Ich habe versucht. Ich fragte mich. Loudlich. Dumb, huh? Du war ein Kind. Ein sicherer Weg, um jemanden zu verhören, ist, dass er jemanden weiß, dass er jemanden ist. Entweder Dad, oder... Werden es, er hat ihn zu verhören. Du ihn für ihn. Nah. Ich sage mir, dass er wieder zurückkommt, wenn er könnte. Ich werde niemals getrennt, so... Ich nehme die Läge, das macht alles einfacher. Ich glaube, es wird jetzt relativ schnell gehen, ne? Der erste Vault war so... Ich weiß nicht, ich verstehe nicht warum, aber der erste Vault war so der längste. Und danach waren alle irgendwie nur so, ja, du kommst in den Raum weiter und dann warst du es so. Zack. Machst dein Gerät an und dann... Okay, Remnant Vault. Let's get this place up and running. Well, we turned the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field pathfinder. Several interface connections converge here. I will highlight the ones you need. Let's get,HAM. We should be able to get to the purification console room. ist a dough 誰 Was ist das? Das war's. Das war's. Baller die Eber, jetzt weg. Die 7 Minuten später im Weg. Ich denke, das ist es. Die 8 Minuten später im Weg. 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 Ah! 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 Die 8 Minuten später im Weg. 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 Ich habe gerade mal 2 Minuten später im Weg. Die 8 Minuten später im Weg. Die 8 Minuten später im Weg. Die 8 Minuten später im Weg. Die 9 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 Minuten später im Weg.